Was ist das Schweizerische Roter Kreuz und die Allianz? Das Schweizerische Roter Kreuz und die Allianz haben ja vieles gemeinsam. Wir bieten Schutz, Sicherheit, Unterstützung in schwierigen Situationen in einer Katastrophe. Von daher sind wir eigentlich ideale Partner, um miteinander etwas zu erreichen. Nach dem Motto gemeinsam schützen und helfen sind wir in diese Partnerschaft gestartet. Das haben wir bis jetzt durchgezogen. Es gibt bei uns eigentlich keine wirkliche Definition von sozialer Verantwortung. Aber wir haben gemerkt über die letzten Jahre, wie das Thema soziale Verantwortung und Helfen auch in der Öffentlichkeit immer wichtiger wird. Und da werden wir von Kunden darauf angesprochen. Wir werden von Mitarbeitern darauf angesprochen, von der Öffentlichkeit her darauf angesprochen. Und darum war das eigentlich eine Motivation für uns, in die Partnerschaft zu reingehen. Und das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt. Uns war wichtig, als wir diese Zusammenarbeit kreiert haben, dass wir möglichst etwas unterstützen können, das konkret ist. Wo den Leuten etwas hilft, das sie tagtäglich erleben können. Wir unterstützen zum Beispiel den Fahrdienst. Und diese Dienstleistung habe ich aus eigenem Leib schon erlebt. Meine Mutter ist eine regelmässige Nutzerin des Fahrdienstes, seit sie nicht mehr selbst Auto fahren kann. Und sie schätzt das ungemein. Und das höre ich auch von anderen aus ihrer Generation, die das macht. Und darum finde ich das eigentlich ein sehr schönes und insbesondere auch ein hilfliches Projekt, das wir unterstützen. Ich glaube, heutzutage, weil wir ja alle zusammen Teil der Gesellschaft sind, gehört das einfach dazu, dass man sich über das heraus engagiert, was man als eigentliches Kerngeschäft betreibt. Also in unserem Fall das Versicherungsgeschäft. Und das Versicherungsgeschäft, wie ich vorhin gesagt habe, hat ja zu tun mit Helfen und Unterstützung. Und da ist die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung durch eine Partnerschaft mit dem SRK natürlich die ideale Gelegenheit, das zu kombinieren. Und darum haben wir diese Partnerschaft gestartet. Also ich habe eigentlich zwei Anliegen, die ich mit dem erreichen möchte. Zum einen möchte ich aufmerksam machen auf das riesige Engagement vom Schweizerischen Roten Kreuz. Das, glaube ich, an unzähligen Orten teilweise unverhofft hilft. Und das in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das Zweite ist, hinter diesen Hilfestellungen stehen ja Hunderte oder Tausende von Freiwilligen. Und ich glaube, es ist da auch eine Möglichkeit, all diesen Freiwilligen zu danken. Weil nur so funktioniert es. Nur so können alle die Projekte gemacht werden. Und in diesem Sinne möchte ich sowohl den SRK wie auch den Freiwilligen an dieser Stelle und mit diesem Statement herzlich danken. Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich weiß, dass die Blockhalter die einfach nicht so gesperrt hat. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!